Parishwa Swastikasana ist die Seitbeuge aus der glücksverheißenden Stellung. Nimm Swastikasana ein, d.h. die Füße zwischen Waden und Oberschenkel geben, gib eine Hand auf den Boden, heb den anderen Arm hoch und beuge dich zur Seite wie in Trikonasana. Auf diese Weise dehnst du die Rippen und die Schultern und auch die Zwischenwirbelgelenke werden sanft gelockert. Auch eine gute Übung für die Bandscheiben. Als kleine Alternative gibt es auch die Möglichkeit, die Hände oberhalb des Kopfes zu falten, das ist wie Urdhva Baddha Hasta und dann beuge dich nach rechts und nach links, entweder im Rhythmus der Atmung oder halte jede Seite eine Weile. Auch das belebt, gibt neue Energie und lässt dir in der Meditation gute Erfahrungen ermöglichen. Es ist so, dass Sie uns hier sind. Wenn natürlich die Hände dazu noch, wie du der Kugel bist, ruhe etwas perdu Ag应, das ist Join-Pach Ranch, Dienerde Tr Position